In diesem Vortrag werden folgende Themen behandelt. Das Erkennen des Kreislaufstillstandes, das Durchführen von Thorax-Kompressionen unter Beatmung und der Einsatz des automatisierten externen Defibrillators. Der Notfallort muss zuerst auf die Sicherheit von Patient und Bergrettern überprüft werden. Die Untersuchung und Versorgung des Patienten darf nur unter sicheren Bedingungen stattfinden. Der Patient wird angesprochen mit Was fehlt Ihnen denn? Was ist los mit Ihnen? Ist alles in Ordnung? Reagiert der Patient nicht, soll er zart an den Schultern geschüttelt werden. Erfolgt keine Reaktion, wird der Patient auf den Rücken gelegt. Mit einer Hand auf der Stirn und den Fingerspitzen der anderen Hand an der Kinnspitze wird der Kopf sanft nackenwärts gezogen, um die Atemwege zu öffnen. Die Atmung wird durch Sehen, Hören und Fühlen kontrolliert. Sehen der Brustkorbbewegung, Hören eines Atemgeräusches und Fühlen der Ausatmung. Diese Prüfung sollte nicht länger als 10 Sekunden dauern. Eine Ausnahme stellt der stark unterkühlte Patient dar. Bei diesem kann die Prüfung der Atemtätigkeit bis zu einer Minute dauern. Langsames, mühsames Atmen oder auch Schnappatmung genannt, muss als Zeichen eines Kreislaufstillstandes betrachtet werden. Reagiert der Patient nicht und atmet er nicht normal, wird sofort mit der Kardiopulmonalen Reanimation, kurz CPR, begonnen. Die CPR muss bei jedem Menschen gestartet werden, der nicht reagiert und nicht oder nicht normal atmet. Wenn eine Person bewusstlos ist und nicht oder nicht normal atmet, muss sofort mit der CPR begonnen werden. Über die Einsatzzentrale wird ein Notarzt angefordert. Beginne so früh wie möglich mit den Thoraxkompressionen. Der Helfer kniet neben dem Patienten. Der Druckpunkt liegt auf der unteren Hälfte des Brustbeins, mitten auf der Brust. Die Arme werden gerade gehalten. Die Drucktiefe beträgt 5 bis maximal 6 cm. Die Frequenz beträgt 100 bis 120 Kompressionen pro Minute. Entlaste nach jeder Kompression vollständig den Brustkorb, ohne den Kontakt zwischen den Händen und dem Brustkorb zu verlieren. Führe die Thoraxkompressionen, wo immer möglich, auf einem harten Untergrund durch. Verwende den AED aus deinem Einsatzrucksack. Oder sorge dafür, dass jemand rasch einen AED bringen kann. Nach 30 Thoraxkompressionen erfolgen beim Erwachsenen Notfallpatienten zwei Beatmungshübe. Diese sollten nicht länger als eine Sekunde dauern. Die Unterbrechung der Thoraxkompressionen nicht länger als 10 Sekunden. Während der Beatmung soll das Heben des Patientenbrustkorbes registriert werden. Bei der Atemspende sind folgende Schutzmaßnahmen empfohlen. Die Verwendung einer Filtermaske oder einer Beatmungsmaske und Beutels. Die Bedienung dieser Beatmungshilfen muss regelmäßig geübt werden. Wenn eine Beatmung nicht möglich ist, müssen die Thoraxkompressionen trotzdem weitergeführt werden. Sobald ein AED am Ort des Kreislaufstillstandes verfügbar ist, wird das Gerät eingeschaltet. Die Elektroden werden, so wie abgebildet, auf der nackten Brust des Patienten angeklebt. Während des Anbringens der Elektroden wird die CPR weiter durchgeführt. Den Sprachanweisungen des AED wird Folge geleistet. Eine Analyse des Herzrhythmus erfolgt alle zwei Minuten. Bei mehreren Helfern am Notfallort wird in der Zeit der Analyse ein Helferwechsel bei der Herzdruckmassage empfohlen. Die Wechselzeit muss so kurz wie möglich gehalten werden. Wenn ein Schock vom AED empfohlen wird, darf niemand den Patienten berühren. Nach der Schockabgabe sofort die CPR wieder aufnehmen. Wird kein Schock empfohlen, wird die CPR weitergeführt. Wenn der Patient normal zu atmen beginnt, kann die CPR unterbrochen werden. Der Patient wird in stabiler Seitenlage gelagert und laufend überwacht. Dabei ist die Atmung sowie das Bewusstsein zu kontrollieren. Fiederbelebung kann Menschenleben retten. Der Ablauf der CPR ist standardisiert und muss von jedem Bergretter beherrscht werden. Es ist daher unbedingt notwendig, diese Maßnahme regelmäßig zu trainieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.